Sarah und Prinz beim Neuigkeiten-Austausch in der Freistunde. Die beiden sind Schüler am Gisela-Gymnasium im Münchner Stadtteil Schwabing. Statt nur mit Stift und Schulranzen sind die beiden aber mit Smartphone unterwegs. Und statt unter den Schulbänken Zettelchen auszutauschen, kommuniziert der Achtklässler von heute in sozialen Netzwerken. Sie machen den Medienführerschein. Im Netz verbringen sie nämlich einen großen Teil ihrer Zeit. Ich denke so den halben Tag, weil man einfach so, also meistens um mit den anderen in Kontakt zu sein, mit ihnen zu schreiben, wie der Tag war, um zu wissen, was sie machen und einfach auch allgemein auf dem neuesten Stand zu sein. Damit sie dabei sicher unterwegs sind, war die Klasse der beiden die erste, die den Unterricht für den Medienführerschein in der achten Jahrgangsstufe mitgemacht hat. Zur letzten Schulstunde für Medienkompetenz mit dabei, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Siegfried Schneider und Kulturstaatssekretär Georg Eisenreich. Was wirklich toll war, war zu sehen, wie differenziert die Schülerinnen und Schüler heute auf die einzelnen Fragen geantwortet haben. Es ging ja darum, was wird veröffentlicht an Informationen. Die Medienschüler empfehlen zum Beispiel, keine Adressen im Internet preisgeben, niemals in sozialen Netzwerken schreiben, wo man genau wohnt. Mit solchen Tipps können sich junge Leute vor den Gefahren aus dem Datenkabel schützen. Zunächst einmal haben wir eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten besetzt, pädagogisch, aber auch inhaltlich. Hier werden neue Module entwickelt. Wir proben die zuerst mit Referenzschulen. Ein nächster Schritt soll auch sein, die beruflichen Schulen vielleicht zu gewinnen, aber auch der Schritt nach unten, hinten Richtung Kindergarten, ist wichtig, denn die Mediennutzung beginnt immer früher. Ab jetzt stehen die Unterrichtsmaterialien für die achten Klassen auch allen Lehrern in Bayern zur Verfügung. Geprüft und für die sozialen Netzwerke als alltagstauglich befunden. Sarah und Prinz auf jeden Fall haben ihn bereits, den Medienüberscheid.